Das passiert, wenn du täglich Blaubeeren isst. Sie beeinflussen die Herzgesundheit, auch die Gehirnfunktion und auch die Verdauung. Ja, die Blaubeeren sind wirklich toll, sie können uns noch mehr Nährstoffe liefern, wie Vitamin C, wie Vitamin K, Mangan. Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, erstmal um 9% senken und das Sterberisiko um ungefähr 8% senken. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, das passiert, wenn du täglich Blaubeeren isst. Blüffend, Ausrufezeichen. Ich habe eine Zeit lang echt auch einige Videos zum Thema Gesundheit gemacht. Magnesium haben wir gemacht, Vitamin D haben wir gemacht, Datteln haben wir gemacht und es muss auf jeden Fall ständiger Bestandteil hier auf unserem Kanal sein, gesundheitstechnisch ein bisschen aufzuklären und den Leuten so Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel oder Dinge ans Herz zu legen, die ihnen wirklich helfen können. Und deswegen machen wir das jetzt heute. Na ja, Mann, Alter, miese Recherche, meine lieben Freunde. Lasst Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Werd gerne auch Mitglied und unterstützt mich. Ansonsten würde ich jetzt sagen, der Peter geht los, Bro. Und los. Wo ist er? Da ist er. Wussten Sie, dass eine Portion Blaubeeren bis zu fünfmal so viel Antioxidantien haben kann, wie eine Portion Kürbis oder Äpfel oder auch Karotten? Wenn wir mit den Wohnmobilen in den Urlaub fahren, dann ist die Hälfte des Gefrierfachs schon mal fest belegt, nämlich mit eingefrorenen Blaubeeren. Und deswegen ist der Titel dieses Videos keinesfalls clickbait, wenn Sie das vermuten. Es gibt Menschen, die tatsächlich Blaubeeren täglich genießen, weil sie... Ich esse jeden Tag Blaubeeren. Wegen meiner Mom auch. Die macht das immer in ihr Müsli rein und das habe ich kopiert. Mom, ich bin schon noch da. I love you. Rege den, Mann, Alter. Und los. Also jeden Tag in meinem Müsli sind Blaubeeren mit dabei. Blaubeeren, Bananen, Datteln, Fünfkornflocken, Leinsamen. Mega Müsli auf jeden Fall. Gesundheitsvorteile kennen. Meine Frau und ich, wir lieben Blaubeeren und essen sie im Prinzip täglich, weil sie eben so einen hohen Gesundheitswert haben. Doch Vorsicht. Bei Blaubeeren können sie ganz leicht die Falschen kaufen. Und darum nehmen wir mal gleich zu Beginn des Videos unter die Lupe, welche Blaubeeren es denn sein müssen. Und wir schauen uns mal die Gesundheitsvorteile an. Und dazu blicken... Das ist halt wichtig, ne? Welche Blaubeeren? Mary schreibt gerade, ich habe Blaubeeren im Garten. Das ist halt geil. Das ist halt nice, weißt du? Wenn du wirklich Blaubeeren pflücken kannst, irgendwo im Wald oder selbst anpflanzt im Garten oder so. Das ist halt so Maximum. ... natürlich auch wieder über einige Studien. Und dazu müssen wir erstmal Deutschland in zwei Hälften teilen und uns... Oh oh, schon wieder in zwei Hälften teilen? Ne, das wollen wir aber nicht, mein Jutster. Wir mögen die Einheit. ... über die Begrifflichkeit Blaubeere bewusst werden. Warum? Wir haben einmal Blaubeeren. Im norddeutschen Raum heißen die Blaubeeren tatsächlich Blaubeeren. Im süddeutschen Raum heißen sie Heidelbeeren. Ebenso wie in Österreich oder wie der Schweiz. Die Blaubeeren... Da war ich einmal confused im Stream, wisst ihr noch? ... ist tatsächlich heimisch oder die Heidelbeere. Sie wächst in unseren Wäldern und ist ziemlich klein. Wir sehen gleich nochmal ein Bild davon. Und wichtig ist, dass wir hier uns auf diese botanische Begrifflichkeit stürzen. Vaccinium Myrtilus. Und... Vaccinium Myrtilus. Da steckt das Wort Vaxin drin, fühle ich nicht. So schauen sie aus. Das sind also diese kleinen Blaubeeren, die sie in den heimischen Wäldern pflücken können. Und dann haben wir noch etwas anderes. Und zwar ist das die nordamerikanische Blaubeere oder Blueberry. Also hier auch Verwirrung. Und die sehen so aus. Das sind diese Blaubeeren, die sie im Allgemeinen im Supermarkt kaufen können. Und das ist eine andere Gattung. Die gehören zwar auch zu den Blaubeeren natürlich. Krass, die kommen aus Amerika oder was? Die sehen so aus wie Blaubeeren. Sind aber viel, viel größer. Sind viel, viel süßer. Und sie haben eben nicht diesen hohen Gehalt an Polyphenolen, an Anthuzianen und so weiter. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Diese gesunden Stoffe, die stecken in diesen Blaubeeren, nicht ganz so viel drin. Sind sie trotzdem gesund? Ja, definitiv. Sie sind trotzdem gesund. Aber sie sollten... Sehen deine so aus, Mary? Du bist ja in Amerika, ne? ...zusehen, dass sie die heimische Blaubeere kaufen. Und hier haben wir die beiden nochmal im direkten Vergleich. Einmal links unsere heimische Blaubeere, Vaccinium Myrtillus. Und rechts die amerikanische oder nordamerikanische, Vaccinium Coriombosum. Und Sie sehen schon, wenn man sich die... Ja, ja, das ist voll der Unterschied. Wenn man sich mal anschaut im Vergleich zu den Blättern, dass eben die nordamerikanische Blaubeere ungleich größer ist. Sie wird dann professionell landwirtschaftlich angebaut. Natürlich gibt es hier bei uns, bei unseren heimischen Blaubeeren auch einen professionellen Anbau. Aber sie ist halt einfach schwieriger zu züchten, weil sie nicht so ertragreich ist. Und im Gegensatz zu diesen anderen kann man eben hier eine große, große Landwirtschaft mit diesen Blaubeeren aufbauen. Ach so, also die importieren quasi, die pflanzen die trotzdem in Deutschland an, aber das ist eine andere Gattung quasi, ne? Okay, heftig. Und was ist das Problem dieser gesünderen Blaubeere? Naja, die hat nicht so viel Zucker. Sie hat zwar einen höheren Anthocyan-Gehalt, deswegen auch eine bessere gesundheitliche Wirkung. Aber wie gesagt, weniger süß. Und deswegen werden Sie im Supermarkt natürlich die viel, viel süßeren, ertragreicheren Sorten finden. Aber keine Sorge, Sie finden natürlich diese heimischen Blaubeeren oder Heidelbeeren tatsächlich auch in unseren Supermärkten, häufig im Tiefkühlfach, sogar als Bio-Ware. Wenn Sie einfach mal in Google eingeben, Wildheidelbeeren, Bio- oder Wildheidelbeeren-Supermarkt-Tiefkühlware, dann kommen Sie hier auf die richtigen Heidelbeeren. Der Vorteil, Nachteil von frischen Heidelbeeren zu der Tiefkühlware, die werden wir dann am Ende des Videos nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Erstmal stellen wir uns die Frage, was sind Heidelbeeren eigentlich? Heidelbeeren sind ein wahres Superfood aufgrund von wirklich sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Stoffen. Sie beeinflussen die Herzgesundheit, auch die Gehirnfunktion und auch die Verdauung. Wir werden uns das gleich nochmal konkret anschauen. Und die große, große Frage ist, wo kommt sie denn eigentlich her? Und die Indianerstämme, die sind hier mit der Heidelbeere bzw. mit der Blaubeere sehr, sehr stark verbunden. Das heißt, man hat so im 16. Jahrhundert, die europäischen Entdecker haben im Prinzip die Heidelbeere mitentdeckt. Sie haben gesehen, dass die indianischen Stämme diese Heidelbeere gegessen haben bzw. auch in ihrem Essen verwendet haben, in getrockneter Form. Sie haben da häufig also getrocknetes Fleisch gegessen und eben auch dann getrocknete Heidelbeeren oder Blaubeere. Krass, die wussten eh schon Bescheid, die Völker von damals. Die haben eine viel krassere Connection auch mit der Natur gehabt und haben gemerkt, welche Früchte, welche Pflanzen was bewirken und wie heilen. Schade, dass das heute nicht mehr so richtig gelebt wird. Aber, das Positive darf man dabei nicht vergessen, wir können ja alle Selbstverantwortung übernehmen und uns selber damit connecten wieder und uns das Wissen aneignen und dann auch in unserem Leben umsetzen. So weißt du. Mit einem Grund, warum wir uns gerade das Video hier reinziehen, um da ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für die Themen. Feiere ich gerade auch, dass wir auf so ein Video mal wieder reagieren. Und in Nordamerika, da gibt es einfach andere Bedingungen, andere Wachstumsbedingungen als hier und deswegen ist die Kultivierung in unseren Breitengraden äußerst schwierig. Das heißt, diese Blaubeeren bei uns, die haben eine schlechte Anpassungsfähigkeit, aber interessanterweise, wenn wir in Europa, je nördlicher, dass wir kommen, desto mehr Gehalt an Polyphenolen und so weiter haben diese Heidelbeeren oder Blaubeeren, je südlicher, dass wir kommen, Süddeutschland, Österreich, Schweiz, desto geringer wird dieser Gehalt. Trotzdem aber immer noch nicht mehr Stoffdichter als die amerikanischen. Und was macht diese Blaubeeren jetzt so interessant? Das ist tatsächlich die blaue Farbe, der hohe Gehalt an Anthocianen. Der ist nämlich verantwortlich, dass die Blaubeeren tatsächlich blau sind und wir wissen von Anthocianen, dass sie eben sehr, sehr wirksam sind bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Fettleibigkeit, Diabetes, Alterserkrankungen, Harnwegsinfektionen, auch bei Parodontalerkrankungen und in diesen Heidelbeeren oder Blaubeeren, da stecken ungefähr 15 verschiedene Hauptverbindungen von diesen Anthocianen drin. Also sie sind wirklich sehr, sehr nährstoffreich. Außerdem haben wir noch gute Zucker drin, Galactose, Glucose. Galactose, da haben wir doch von gehört, von diesem einen Arzt. Der Arzt war bei Klinsmann damals, Nationalmannschaft. Wie hieß der nochmal? Der mit dem geilen Slang. Fühle ich? Charabinose und dann haben wir noch Antioxidantien drin, die im Prinzip auch in roten oder in blauen Obstsorten und Gemüsesorten dort auch vertreten sind, wie in Wein, in Tee, in Schokolade und so weiter. Wein, siehst du? So kann man sich Wein trinken ein bisschen schönreden von Seite. Bro, die Farbe, das ist antioxidantisch und so. Weißt du, wie ich meine? Ja, deswegen jeden Tag zwei Flaschen Wein. Spiss. Die Phenole, die helfen im Prinzip ja auch ein bisschen damit, dass die Blaubeeren so gesund sind. Ja, die Blaubeeren, die sind wirklich toll. Sie können uns noch mehr Nährstoffe liefern, wie Vitamin C, wie Vitamin K, Mangan. Mangan ist, messe ich häufig bei meinen Patienten, ist wichtig für die Haargesundheit, für die Hautgesundheit. Und dann haben wir auch noch Ballaststoffe in den Blaubeeren. Deswegen sind sie natürlich nicht ganz so süß wie andere süße Obstsorten, sondern die heiligen Blaubeeren haben eben einen höheren Ballaststoffgehalt und einfach weniger Zucker und dafür diese vielen, vielen guten gesundheitlich wirksamen Stoffe drin. Aber was wirklich faszinierend ist an den Blaubeeren sind die löslichen Ballaststoffe. Denn lösliche Ballaststoffe sind dafür notwendig, dass unser Gallenfluss gut bleibt. Also sie sind in der Lage, den Gallenfluss etwas zu verdünnflüssigen, dass die Galle ausgeschieden wird. Die Galle enthält dann Cholesterin, auch Gallensalze. Und im Prinzip brauchen wir lösliche und unlösliche Ballaststoffe zur Erhaltung der Darmgesundheit. Unsere Stoffe, die über den Gallensaft ausgeschieden werden müssen, die Gallensalze, die müssen nochmal verändert werden durch die Darmbakterien. Also diese löslichen Ballaststoffe, die haben da im Prinzip so eine Doppelfunktion. Aber was diese Anthuziane in Verbindung mit löslichen Ballaststoffen auch können, ist ganz einfach, dass der Cholesterinspiegel sich senken kann. Das heißt, man hat also hier Untersuchungen gemacht. Musst du dir auch mal reinziehen, Alter. Was für ein Luxus wir heutzutage auch haben. Wie gesagt, Internet und Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Aber früher war es nicht möglich, sich einfach online ein Video von einem Arzt reinzuziehen, der jetzt erzählt, warum Blaubeeren gesund sind. Also man kann heutzutage auf so viel wichtige und gute Informationen zugreifen im Internet. Das ist schon faszinierend. Und das ist auch ein Luxus, den wir haben. Und wenn man richtig vernünftig mit dem Internet umgeht, dann kann einem das echt helfen und sein Bewusstsein erweitern. Kann natürlich auch in die gegenteilige Richtung gehen, wenn man den ganzen Tag sich nur TikToks reinzieht und dann abends ein Porno. Handvoll, ein bis eineinhalb Handvoll Blaubeeren, die liefern so ungefähr 320 Milligramm Anthuziane. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt, Bro. ...sorte und so weiter. Aber man hat hier gesehen, eine zwölfwöchige Studie mit 169 Personen. Dort kam es zu einer bemerkenswerten Verringerung der Entzündungsparameter im Körper. Man hat hier einige Studien gemacht, wo sich dann das HDL-LDL-Verhältnis verbessert hat, unter eben Anthuzianen bzw. unter Blaubeeren. Und eben auch die schädlichen Triglyceride, die konnten sich hier ein Stück weit verbessern. Am Ende des Tages geht es dann immer wieder um gesunde Polyphenole, Flavonoide, Entzündungsreduktion, wenn wir über solche Dinge sprechen. Also es gibt natürlich viele verschiedene Lebensmittel, die da gut reinspielen können, damit wir im Prinzip diese Entzündungsvorgänge unter Kontrolle bekommen. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, bitte abonnieren Sie den Kanal. Wenn Ihnen diese Videos gefallen, so bekommen Sie automatisch Bescheid, wenn neue Videos online sind. Stark, 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 stark. Viele Menschen schauen sich die Videos an, haben aber noch nicht abonniert. Und wir gehen jetzt mal zur Insulinresistenz. Mach das hier auf meinem Kanal gerne auch, mein Lieben Freunde. Wir haben auch deutlich... Insulinresistenz, okay? Kontrollierter Blutzuckerspiegel. Positive Effekte von Blaubeeren bzw. von Anthuzianen. Man hat gesehen, die Menschen, die neigen natürlich, gehen mit der Insulinresistenz Richtung Diabetes Mellitus Typ 2. Aber mit Anthuzianen können wir das ein Stück weit auffangen. Es gibt also Studien, wo man Nagetieren, dann Blaubeeren gefüttert hat bzw. auch Menschen dann zusätzlich mit Blaubeeren oder Anthuzianen versorgt hat. Und man hat hier gesehen, dass einfach diese Insulinresistenz sich wieder ein Stück weit verbessern kann. Der regelmäßige Verzehr von Blaubeeren kann im Prinzip hier die Wahrscheinlichkeit dann Diabetes Mellitus Typ 2 zu erkranken deutlich senken. Kein Wunder. Amo sagt gerade, Bruder, die Lebenserwartung in Deutschland geht zum ersten Mal zurück. Ach du Scheiße. Dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir ein bisschen mehr über diese Themen reden, ne? Gesundheit. Macht aber auch Sinn, wenn wir gucken, wie die meisten Leute sich heutzutage so ernähren. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Dann war das ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch in der Lebenserwartung sich äußert, weißt du. Die meisten Leute sind ja nur noch auf Fast Food unterwegs. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Machen sich nicht so wirklich viel Gedanken darüber, wie sie sich ernähren. Aber ja, deswegen muss man da auf jeden Fall weiter Bewusstsein viel schaffen. Ich habe jetzt vorhin nochmal mit einem Kollegen telefoniert und da haben wir auch drüber geredet, wie wichtig das ist, gerade wenn du ein bisschen älter wirst, dann auch irgendwann anzufangen, halt dich wirklich bewusst zu ernähren und zu gucken, was du jeden Tag zu dir führst. Und ich bin da echt ein gutes Beispiel. Ich habe früher auch nur Scheißdreck gegessen. McDonalds, Döner, ganzen Tag Fleisch gegessen, abends immer Süßigkeiten und so. Und zum Glück, durch diese Steigerung des Bewusstseins, habe ich dann auch angefangen, meine Essensroutinen und mein Essensverhalten zu hinterfragen und habe dann langsam Step by Step angefangen, gewisse Lebensmittel rauszustreichen, andere reinzunehmen. Und es kostet halt Disziplin. Und das ist auch eine Sucht. Essen ist wie eine Sucht. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, regelmäßig Süßigkeiten zu essen, regelmäßig dir irgendeinen Scheiß reinzufahren, dann ist es auch erstmal schwer, sich davon wieder zu trennen. Aber langfristig gesehen ist es einfach viel besser. Und du merkst den Effekt auch schon nach kurzer Zeit, wie du vitaler bist, wie du besser drauf bist, wie du stärker trainierst, wie du einen besseren Körper hast, wie du nicht mehr so fett bist und diese ganzen Sachen so, weißt du, dein Schlaf etc. Das hat einen riesen Einfluss. Blaubeeren gegen Süßigkeiten austausche, dann geht es halt einfach besser. Und die Glucose... Und das geht auch. Jetzt muss ich schon wieder labern, aber das geht auch. Ich habe angefangen, Süßigkeiten auszutauschen mit Datteln, Mangostreifen, Blaubeeren, Bananen. Das geht voll gut klar für mich persönlich. Also das ist genau so sweet, schmeckt geiler irgendwie langfristig. Also jetzt nach ein paar Monaten merkst du auch, wie der Geschmack einfach viel geiler ist, wenn du dich einmal entwöhnt hast von diesem übersüßen Süßigkeiten-Geschmack. Dann merkst du, dass es eigentlich viel geiler schmeckt. Und vor allen Dingen, es bleibt viel länger auch in dir. Das macht dich satt. Drei Datteln machen mich mehr satt, als wenn ich bei McDonalds mir einen veganen Burger reinziehe. Weißt du? Die Toleranz, die steigt dann wieder ein Stück weit. Man hat es gesehen in Tierstudien, hat es auch gesehen bei Menschen. Und so kann man im Prinzip sagen, wenn wir die Süßigkeiten ein Stück weit gegen Blaubeeren tauschen, dann bewegen wir uns wieder weg vom Diabetes mellitus. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn wir Blaubeeren zu einer Ernährungsform hinzufügen, die noch nicht so gesund war, dass wir einfach positive Wirkungen hier auch aufs Gewicht verzeichnen können. Und ganz interessant, wir wissen, dass eine Ernährung mit einem hohen Anzeangehalt auch die Gesundheit des Herzens verbessert. Und hier gab es eine ganz faszinierende Publikation. In der zwölfjährigen Studie hat man gezeigt, dass Personen, die 200 Milliliter anthocyanreichen Kirschsaft getrunken haben, eine deutliche Senkung vom systolischen und vom diastolischen Blutdruck erfahren haben. Und konkret war es dann so, dass die Teilnehmer um ungefähr den systolischen Blutdruck um ungefähr acht Einheiten und den diastolischen Blutdruck um knapp zwei Einheiten senken konnten. Also allein durch das Trinken von 200 Milliliter Kirschsaft finde ich, das ist eine wirklich außergewöhnliche Studie mit einem außergewöhnlichen Ergebnis. Crazy. Es gibt eine Publikation, die sagt, okay, wenn wir anthocyanreich essen, dann kann man tatsächlich das Herzrisiko oder das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken erstmal um neun Prozent senken und das Sterberisiko um ungefähr acht Prozent senken. Also am Ende des Tages bewahrheitet es sich wie immer. Eine gesunde Ernährung ist einfach hilfreich, dass wir länger auf diesem Planeten bleiben und gesünder auf diesem Planeten bleiben. Und die Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen, die stehen auch im Blickpunkt der Forschung. Und hier hat man mal in der Übersichtsarbeit gezeigt, dass die anthocyanreiche Ernährung auch wieder das Potenzial haben könnte, eben das Lernen und das Gedächtnis bei Kindern zu fördern, aber andererseits eben auch bei älteren Erwachsenen diese kognitiven Einschränkungen zu verbessern, die eben mit Alzheimer und so weiter in Verbindung gebracht werden. Und man hat sogar gezeigt in einzelnen Studien, dass man hier tatsächlich bei Alzheimer etwas Gutes tun kann mit Anthocyanen im Bereich der Verbesserung des Gedächtnisses, der Wahrnehmung und was halt eben so eingeschränkt ist bei dieser Alzheimer-Erkrankung. Wir sehen, dass an diesen Anthocyanen wirklich viel, viel geforscht wird. Da ist natürlich auch noch viel Könnte mit dabei, aber trotzdem sehen wir, dass diese Anthocyanen wirklich etwas sehr, sehr Gutes für unsere Gesundheit tun können. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie Sie den Blaubeeren umgehen. Also wenn Sie selbst Blaubeeren draußen sammeln, dann sollten Sie also diese Blaubeeren in den Kühlschrank stellen, wenn Sie sie nicht sofort verzehren. Sie sollten sie nicht erhitzen, nicht erwärmen und Sie sollten die Blaubeeren auch nicht erst mal waschen, sondern erst unmittelbar vor dem Verzehr waschen, damit da halt die wertvollen Stoffe erhalten bleiben, damit sie auch schön knackig und frisch bleiben. Was sollten Sie auch nicht tun, wenn Sie tiefkühl, knackig und frisch fühlig kaufen, dass Sie die in der Verpackung auftauen lassen, sondern entnehmen Sie die Blaubeeren. Wir machen das so, wenn wir ins Bett gehen und dann am nächsten Morgen das Frühstück vorbereiten, dann lassen wir die Blaubeeren über Nacht einfach ganz gemütlich auftauen. Grundsätzlich ist es so, dass die Tiefkühlware sehr hochwertig ist. Das bedeutet, direkt nach der Ernte werden die Blaubeeren schockgefrostet. Das heißt, die Antioxidantien, die Inhaltsstoffe, die sind hier weitestgehend enthalten. Und wie schon gesagt, Sie können diese Blaubeeren tatsächlich im Supermarkt als Bio-Ware kaufen oder auch in Bioläden tiefgekühlt. Die sind ganzjährig verfügbar, super praktisch, gebrauchsfertig, gar kein Problem. Sie brauchen nichts waschen, Sie brauchen auch nicht groß aussortieren. Der einzige Nachteil ist halt, dass Sie im Prinzip ja halt nicht knackig sind und nicht so wie frisch sind, sondern dass Sie halt einfach ein bisschen lädschiger sind und häufig auch einfach ein bisschen saurer als die großen Blaubeeren, die Sie so in der Verpackung frisch mitnehmen. Grundsätzlich können wir sagen, Blaubeeren schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Wir haben gesagt, sie sind reich an Vitamin C, reich an Vitamin K, reich an Mangan und die löslichen Ballaststoffe sind so ein großer Teil, Stichwort Cholesterin, Stichwort Verdauung. Wir hatten das Blutzucker, diese Blutzuckergeschichte, die Gewichtskontrolle. Also insgesamt Blaubeeren eine tolle Sache. Außerdem enthalten Sie noch ein bisschen Lutein, Xeroxantin, also das ist wichtig für die Augen und ja, im Sinne der Gesundheit. Schauen Sie einfach mal, ob es Ihnen schmecken. Danke. Geil, Digga, feiere ich das Video. Fürs Zuschauen hat mich gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Live, wenn Sie Kanalmitglied sind und schalten Sie einfach wieder ein. Bis bald. Der macht sogar Livestreams, der Kussing, Digga. Piau. Alles klar. Doktor. Doktor Selzmar Jutz da. Danke für die Infos auf jeden Fall. Da sind wir jetzt mies in der Blaubeer-Recherche drin und haben da auf jeden Fall einiges an Wissen gesammelt. I love you, meine lieben Freunde. Schreibt mal gerne eure Gedanken oder eure Erfahrungen mit Blaubeeren auch unten in die Kommentare rein. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Wir wollen schon schauen, dass wir in Zukunft öfter mal wieder solche Videos anschauen und ein bisschen halt aufklären in Richtung Gesundheit. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt. Peace out. Gang.